Das ist Friede Freude Smartphone und heute gibt es mal wieder eine Antwort auf eine Frage von einem Zuschauer. Heute beantworte ich eine Frage zu Signal. Hier ist meine App Signal. Ich tippe hier einmal drauf. Ich bin hier im Bereich Chats. Die Frage lautet, ob ich auch an eine Gruppe eine Sprachnachricht senden kann. Ich habe hier eine Gruppe. Ich tippe hier mal drauf und hier unten finde ich das Mikrofon für eine Sprachnachricht. Also auch an eine Gruppe kann ich eine Sprachnachricht senden. Ich mache das neu. Das Training findet diese Woche am Freitag statt. Damit habe ich meine Nachricht gesendet. Hier der eine Pfeil. Die Nachricht hat mein Handy verlassen. Hier der zweite Pfeil. Die Nachricht ist bei der Gruppe angekommen. Und jetzt ist es weiß unterlegt. Das heißt, mindestens ein Gruppenmitglied hat die Nachricht gehört. Ich kann hier ein bisschen länger drauf tippen. Und hier finde ich jetzt Info. Und hier sehe ich jetzt, wer meine Nachricht schon abgehört hat und wer nicht. Ich hoffe, Sie haben es verstanden und sind beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss! Ich hoffe, Sie haben es.